Hallo ihr Lieben, heute wird wieder was Neues gemacht bzw. ich habe die Inspiration von der Kalli Kessie und bin ihr da sehr dankbar, weil ich es wirklich gerne ausprobiert habe und ich habe, also ihr braucht theoretisch braucht ihr trockene Blumen, ob ihr die jetzt selber trocknet oder schon so kauft, ist egal, ich habe sie diesmal schon gekauft gehabt und dann braucht ihr UV-Harts mit einer UV-Lampe und natürlich die Grundsachen wie ein paar Handschuhe und eben halt auch ein bisschen so mit Schutz. Ich habe jetzt so eine Silikonmatte als Unterlage genommen, weil sich das eigentlich ganz gut gemacht hat. Das UV-Harts habe ich auch schon mittlerweile, habe jetzt immer nicht ganz so viel mitgemacht gehabt, aber es hat sich wirklich sehr sehr gut gemacht und dementsprechend war das dann für mich genau passend. Ich habe mir dann zwei unterschiedliche Farben von den Blumen ausgesucht und war da zuerst nicht ganz sicher, welche Farbe nehme ich denn jetzt am besten oder welche Blume nehme ich jetzt am besten, welche sieht am besten aus und dementsprechend ja und hier seht ihr schon, was ich vorhabe. Ich habe nämlich vor, die aufeinander dann so zu haben und das hat sich eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Dementsprechend glaube ich, ist das in Ordnung. Hier habe ich noch so ein Band, worauf ich das dann gelegt habe, die Blumen, wobei das halt auch nur zu Anfang, damit sich da jetzt nichts irgendwie verdreht. Und deswegen hatte ich es eben dann mit dem Klebeband gemacht. Das Klebeband macht sich zum Beispiel auch für anderen Schmuck, wenn man so eine Linetten drauf macht und dann das Ganze mit so einem UV-Harts dann ausmalt und das Ganze dann eben dadurch ein bisschen bunt aussieht oder zum Beispiel Fell reinmacht oder ähnliches, macht sich wirklich auch da sehr sehr gut. Ich muss da so ein bisschen schauen, damit es halt funktioniert. Und dann habe ich die erste Blume darauf gelegt und habe dann das Ganze mit dem UV-Harts bestrichen bzw. ich habe ja da so ein Holzstäbchen liegen und habe das Ganze damit dann ganz gut gemacht und ja und das Ganze dann, wie gesagt, bestrichen und eben dann circa zwei, drei Minuten unter die UV-Lampe gelegt. Ich habe das ganze Video ist alles ein bisschen schneller, nur damit ihr euch nicht wundert ebenfalls, aber ich habe nichts weiter wirklich rausgeschnitten. Einfach damit ihr seht, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, ungefähr vom Zeitfaktor. Wie gesagt, es ist nur minimal ein bisschen schneller, aber ansonsten komplett alles drin gelassen und wie gesagt, da hat es sich für mich jetzt einfach so angeboten. Wie gesagt, ich höre ja immer nebenbei Hörbücher. Die Hörbücher kenne ich meistens schon, die habe ich meistens schon gelesen oder schon mal gehört und das entspannt so ungemein. Ich kann einfach mich auf meinem Basteln konzentrieren, höre aber eben nebenbei noch ein Buch und weiß aber eben auch, dass ich eben, wenn ich mal was verpasse bei dem Buch, nicht gleich die Welt untergeht und ich zurückspülen muss, sondern ich weiß trotzdem noch, wo ich bin. Das mache ich oft bei Filmen auch so, wenn ich irgendwie nebenbei irgendwas machen möchte, dann mache ich den Film meistens an und es ist meistens ein bekannter Film, den ich schon kenne, den ich vielleicht auch schon gefühlt hundertmal geschaut habe. Da bieten sich ja ein paar Filme an bei mir und dann macht sich das immer sehr, sehr gut. Genau, das ist meine ganz kleine UV-Lampe, die muss dazu sagen, ich hatte erst überlegt, ob ich noch so eine Verlängerung dran mache, aber dann dachte ich mir, quatsch, das kriegen wir auch so hin. Es hat also noch gerade so ins Bild gepasst und dann war das auch in Ordnung. Und diese kleine Lampe ist einfach mit bei dem UV-Heart-Set gewesen. Ich gucke mal, ob es das Set noch gibt, sonst verlinke ich euch das gerne. Ob ihr da vielleicht, wie gesagt, ich kriege dafür kein Geld, also nur so. Ich bekomme weder für die Videos Geld, ich bekomme auch für das UV-Heart kein Geld. Also wenn ich da jetzt einen Link reinstelle, dass der Link ist wirklich komplett einfach so, wie er ist. Und genau, wie gesagt, da lasse ich dann das Ganze, wie gesagt, so zwei, drei Minuten. Das musste nicht hundertprozentig fest sein, weil es geht ja auch immer noch mal rein. Und dadurch hat sich das für mich dann einfach so erstmal, passte das ganz gut. Und ich konnte so ein bisschen dann weitermachen mit der nächsten Blume, beziehungsweise eben die Rückseite von der anderen Blume. Also beide Blumen habe ich sowohl vorder- als auch rückseite mit UV-Hearts bestrichen. Wie gesagt, ich habe es, die Handschuhe eben sind halt schon auch wichtig. Ich habe aber natürlich selbstverständlich, als ich jetzt hier die Handschuhe da mal ausgezogen habe, dementsprechend einfach so ein bisschen selbstverständlich aufgepasst, dass da kein UV-Hearts reinkommt. Und man braucht übrigens auch nicht wirklich viel. Ich nutze ja das UV-Hearts hauptsächlich wirklich für kleine Sachen, weil dieses UV-Hearts ist halt eine kleine Flasche. Wenn ich normales Epoxidharz hole, da sind die Flaschen ja so ein bisschen größer, wobei ich sehr, sehr gerne lieber mit den kleinen Flaschen arbeite. Und es macht sich aber trotzdem, wie gesagt, auch die großen Flaschen nutze ich halt wirklich. Also es sind meistens zwei, drei Liter Flaschen. Und das Ganze ist dann halt, das kriege ich trotzdem hin. Aber es arbeitet sich halt wirklich viel, viel schöner mit den kleinen Flaschen. Und die werdet ihr wahrscheinlich viel, viel häufiger in meinen Videos sehen. Ansonsten, ich bin ja aktuell so ein bisschen auf den Triops-Trip. Und ich habe auf TikTok jemanden gesehen, die nennt sich Sumikon. Und die hat sowieso auch schon mit Hummeln, die hat sich da jetzt zum zweiten Mal schon so ein Hummelhäuschen hingestellt gehabt. Und hier hat er jetzt eben auch schon mehrmals Triops gemacht. Ich habe es auch schon mehrmals probiert gehabt. Da kommt auch nochmal ein Video dazu. Und aber es hat halt nie wirklich hundertprozentig wirklich funktioniert. Und jetzt hat es funktioniert und ich freue mich mega drüber. Ich habe jetzt zwei größere schon. Dann habe ich noch einen kleinen Nachzügler. Der wird jetzt noch im Aufzuchtbecken nachgezüchtet. Der muss noch ein kleines bisschen wachsen, damit er in das ganz große Becken dann darf. Und genau. Dementsprechend bin ich da jetzt gerade auch so ein bisschen dran. Habe auch, wie gesagt, ein paar Sachen auch gebastelt. Freue mich da eigentlich immer sehr drüber, wenn ich einfach die Zeit endlich finde. Habe aktuell einfach so viel zu tun manchmal. Heute gehe ich auch weg. Also heute ist Samstag, wo ich das Video fertig mache. Und freue mich sehr drauf, dass ich da jetzt dann weggehe. Bin lange jetzt nicht weg gewesen. Aber die Woche gehe ich weg. Nächste Woche gehe ich weg. Beziehungsweise da treffe ich mich mit Freunden. Und gestern war ich auch weg gewesen. Also so langsam kommt es wieder ein bisschen in Schwung. Und versuche jetzt auch ab Montag dann wieder meinen Sport in Angriff zu nehmen. Und aber es läuft alles relativ langsam, gemächlich. Ich bin da jetzt auch nicht. Ich versuche da einfach ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen und nicht diesen Druck. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss gar nichts. Und habe so ein bisschen. Es gibt ja noch ein Thema, was noch offen ist. Das werde ich demnächst. Ich weiß noch nicht genau, was ich wie, wo kommuniziere. Und werde da natürlich trotzdem dementsprechend aber auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ich hatte es auf TikTok, wo ich was zu gesagt hatte. Und aber das finally alles, das ist noch nicht fertig. Und dementsprechend kann ich es noch nicht komplett kommunizieren. Aber auch da habe ich noch ein Thema offen, was ich gerne kommunizieren möchte. Und ja, aber ansonsten, ich bastle halt eben relativ viel aktuell. Ich gehe durch die Wärme, bin ich halt nicht so oft draußen. Ich kann mit der Wärme ganz schlecht umgehen. Mir ist der Kreislauf dann immer ganz schnell weg. Und dementsprechend, ja. Und dementsprechend bastle ich jetzt einfach. Und ja, mein Kanal ist eben auch spontan um die Basteleidenschaft bereichert worden, als Corona anfing. Und vorher war es die Musik gewesen. Da war wirklich ganz viel Musik. Und das war für mich auch ein wichtiger Part. So, ich habe jetzt einfach immer weitergesprochen, während ich da meine Blume mit UV-Harz gemacht habe. Und sie nimmt Gestalt an. Und ich muss sagen, ich mag das Ergebnis wirklich sehr. Ich mag es. Ihr werdet sehen. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso. Und bin da der Kalli Kessi tatsächlich sehr, sehr dankbar gerade, dass sie das so auch gezeigt hat. Und ich dann eine Chance hatte, das Ganze jetzt auch auszuprobieren. Ich versuche immer, wenn ich denjenigen kenne, wo ich mir die Inspiration geholt habe, selbstverständlich dann eben auch den Link reinzupacken. Und das werde ich selbstverständlich dann auch tun. Und erstmal hoffe ich natürlich, dass Kalli Kessi dementsprechend natürlich das Ganze sich auch anschaut. Ich mag ihre Videos so sehr. Sie bastelt so unglaublich schöne Sachen auch. Ich kann ganz viel immer auch mal schauen, wie kann man es am besten machen, was funktioniert am besten. Und sie zeigt auch ein paar Fehls immer mit dabei, was ich halt auch bei meinen Videos halt immer so, so wichtig finde. Ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn man das Gefühl bekommt, die anderen kriegen einmal alles hin und man selber macht es und dann funktioniert das Ganze nicht so. Und dadurch bin ich da sehr dankbar und freue mich eben auch, dass die Kalli Kessi das mittlerweile auch so gut macht, dass sie da eben auch mal zeigt, das war jetzt nichts, sie macht es jetzt doch anders. Und begrüße das natürlich dementsprechend sehr. Ja, ansonsten, ich baste ja so unglaublich viel. Falls ihr irgendwas habt, was ich gerne mal ausprobieren soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich das selbstverständlich sehr gerne und versuche da einfach so ein bisschen drin zu schauen, wie mache ich es, funktioniert es wirklich oder vielleicht wollt ihr auch irgendwas sehen, was andere gemacht haben und dann probiere ich es einfach mal aus. Oder ihr habt eben auch eine Idee, Mensch, hast du ganz toll gemacht, aber vielleicht probiere mal aus, so sieht es vielleicht besser aus. Und auch das ist in Ordnung. Ich finde, eine Community, die einfach miteinander sich austauschen kann, finde ich sehr, sehr wichtig. Wir sind noch relativ klein und ich bin sehr dankbar für jeden Einzelnen, der dabei ist, weil das einfach mir zeigt, dass ich eben halt doch ein paar Videos interessant sind und sich die Leute anschauen. Nicht jedes Video ist immer gern gesehen, das weiß ich, das sehe ich an den Aufrufen. Wie gesagt, für mich sind die Videos eben auch Hobby und ich möchte mir Erinnerungen schaffen. Ich möchte mir selber die Möglichkeit geben, zu zeigen, wie habe ich gebastelt, wie habe ich das Ganze nochmal gemacht und dann könnte ich es eben auch nochmal nachbasteln. Und ja. Und hier habt ihr schon den fertigen Anhänger bzw. ein Teil fertig. Die sind jetzt beide so zusammen. Und dann habe ich für mich so überlegt, wie kann ich die jetzt irgendwie als Kettenanhänger machen. Und ich hatte noch ein Lederarmband. Also die Kette an sich war eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem war tatsache die Öse dazu. Und das habe ich dann aber ganz gut gelöst, weil ich noch von den Ganzen, wo Schlüsselanhänger oder eben hier so eine Linetten, das Ganze dann eben hatte, habe ich mir diese Öse dann davon abgemacht und habe dann dementsprechend das Ganze mit UV-Hartz dran befestigt. Und dadurch sieht das natürlich trotzdem so schön aus. Und also da so ein bisschen dran denken, euch überlegen, wie möchtet ihr das gerne festmachen? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man es eventuell machen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie Kalli Kessi das gemacht hat. Und aber ich habe es eben, wie gesagt, habe dann die Zange geholt und habe geschaut, dass ich das Ganze abkriege und habe das Ganze dann eben mit dem UV-Hartz befestigt. Mir ist tatsache gerade so ein bisschen mein Mikrofon abgeschmiert und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt das ganze Video noch fertig bekomme. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Aber auf jeden Fall hat er dann immer irgendeine Fehlermeldung mir gezeigt und jetzt drücke ich mir einfach gerade selber die Daumen, dass das noch soweit fertig wird. Und genau, ihr seht, ich habe das Ganze dementsprechend, wie gesagt, dann versucht festzuhalten, die Öse. Und dass ich dann dadurch das Ganze halt ganz gut noch mit dem UV-Hartz aushärten lassen konnte. Und es ging wirklich gut, auch wenn es jetzt gerade nicht ganz so gut aussah. Aber es funktioniert wirklich super. Also versucht euch da so ein bisschen irgendwie euer Handling so ein bisschen zu überlegen. Ich habe es, wie gesagt, so ein bisschen mit der Zange gemacht, damit ich es halt eben dann drunter lege. Und, aber wie gesagt, da ist halt jeder so ein bisschen, jeder hat ja so ein bisschen, ich sage es ja immer nicht umsonst, ich habe ein Binnenbisschen weg, grob motorisch veranlagt und schaue da einfach, dass ich das immer ganz gut für meine Hände hinbekomme. Meine Hände sind ja immer nicht ganz so die stabilsten und dadurch ist das dann halt dementsprechend nicht ganz so einfach. Und ja, und dann ging es auch schon wieder unter die UV-Lampe. Ich muss sagen, diese kleine UV-Lampe macht ihre Dienste, auch wenn sie so klein und unscheinbar aussieht. Aber sie funktioniert super und man kann ihr trauen, sie macht ihren Job und dann war das auch in Ordnung. Und nach einer Weile habe ich dann eben auch die Zange davon weggenommen und dann war das auch vollkommen okay. Habe sie noch voll austrocknen lassen und habe euch, dann zeige ich euch selbstverständlich natürlich das fertige Stück dazu auch noch. Und wenn euch das Video gefallen hat, da auf jeden Fall, könnt ihr mir da auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch einen Kommentar da lassen, ihr könnt ein Abo da lassen. Wie gesagt, ich freue mich da immer mega drauf. Ich weiß, ich wiederhole mich da ganz oft und ihr verdreht wahrscheinlich irgendwann die Augen. Aber wie gesagt, ich freue mich gerade immer, wenn ich irgendwie merke, da ist ein Abonnent mehr. Oder es gibt im Moment auch immer wieder mal, dass dann welche gehen, aber dann ist das auch so. Also ich bin da jetzt, wie gesagt, ich mache es als Hobby, ich bekomme dafür kein Geld. Keine Ahnung, wie es dann ist, wenn der Kanal hier größer wird, das wird sich zeigen. Für die Musik bekomme ich sowieso kein Geld, weil das meistens Cover sind, die dort gesungen werden. Und dementsprechend funktioniert das dann eh nicht. Und dadurch, für die Basteleien gucke ich halt immer, ich hatte es glaube ich den letzten Mal auch mit reingeschrieben. Ich würde euch auch unglaublich gerne einfach nur Musik drunter legen unter das Ganze, aber ich finde keine lizenzfreie Musik. Und dementsprechend möchte ich euch zwar immer sehr ungern, euch da jetzt einfach zulabern, aber mir bleibt aktuell nichts anderes übrig. Weil nur stumm finde ich jetzt persönlich auch immer nicht ganz so schön. Und dementsprechend, ja, könnt ihr mir eigentlich in den Momenten alles in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne möchtet. Und was lest ihr gerade, was bastelt ihr total gerne, was wünscht ihr euch gerne von mir. Der einzige Wunsch, den ich euch wahrscheinlich nicht erfüllen kann, ist, nicht so viel zu quatschen. Wie gesagt, weil viel kann ich euch ja dann meistens gar nicht so erzählen, aber ich will es eben halt auch oft drinnen lassen. Und dadurch, ja, ist das dann natürlich immer gar nicht so einfach. Aber, wie gesagt, ich habe euch ja das Ergebnis auf jeden Fall versprochen. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen, das Video. Jetzt kommen gleich danach noch Fotos, wo ich die Kette dazu trage. Und wie gesagt, ich finde das Ergebnis sehr, sehr schön. Und lieben Dank an die Kalli Kessi. Und schaut da auch gerne bei ihrem Kanal vorbei. Sie hat jetzt gerade ihr 400.000 Follower auf YouTube und hat sich einfach mega drüber gefreut. Und ich habe mich sehr mit ihr mitgefreut. Und dementsprechend schaut da gerne vorbei mir. Sie macht unglaublich schöne Videos auch. Und ja, und genau. Ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt kommt gleich nochmal das Ergebnis, wie ich es trage. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020